Hallo und herzlich willkommen in 2015 zu unserem ersten Landstrainer-Tipp 2015. Wir hoffen, ihr seid richtig gut reingehutscht in dieses Jahr und wünschen euch den Erfolg, den ihr euch als Trainer von unserem Spieler wünscht. Möglichst verletzungsfrei in diesem Jahr. Wir wollen einsteigen mit ein bisschen Spaß. Das heißt bei uns Trainer-Challenge oder Trainer-Spieler-Challenge. Wie auch immer, wer hier wen-Challenge ist, ist eigentlich egal. Es geht immer darum, dass irgendeine Strafe für die Verlierer gemacht werden muss. Und die Aufgabe ist eigentlich ganz einfach. Wir stehen an der Gruppe hier im Feld und probieren nach dem Prinzip, wer als erstes trifft, hat gewonnen, die Netzkante zu treffen. Und zwar so, dass der Ball auf der Netzkante oder die Netzkante geholt hat, aber auf der anderen Seite das Netz ist rübergegangen. Okay, wir zeigen uns mal kurz, ob es in der kurzen Zeit wirklich einer schafft, wissen wir noch nicht. Fabi, fängt an. Genau. Let's go! Oh, die Scheisse! Oh, die Scheisse! Alles gut! Ja. Mach. Boah! Oh, mein Mann. nicht als heißen 10 Liegestütze, aber das wollen wir euch ersparen im Jahr 2015, uns natürlich auch. Viel Spaß mit unseren Landestrainertipps in diesem Jahr und wenn ihr irgendeine Idee habt oder irgendeinen Wunsch, dann schreibt immer gerne an marcus.busch.net-nrw.de, wir versuchen das dann hier im Training umzusetzen. Viel Spaß und bis zum nächsten Landestrainertipp der Woche, die KW 2.